Und deshalb schauen wir nach Moskau an diesem Morgen zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Einen schönen guten Morgen. Christoph, wir haben es gerade schon angesprochen, also es hat auch ukrainische Angriffe auf die Krim wiedergegeben. Welche neuen Informationen hast du dazu? Ja, es war wohl ein massiver Angriff auf Sevastopol. Das ist ja auch das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim. Und die Ukrainer scheinen da das Aerodrom, den Luftwaffenstützpunkt Belbek, im Visier gehabt zu haben. Der liegt etwas nördlich der Stadt Sevastopol, vielleicht 5, 6 Kilometer. Und der Angriff ist wohl mit Luftbodenraketen erfolgt. Die Russen sprechen von 20 Raketen. Davon wollen die Russen über dem Schwarzen Meer 17 abgefangen haben. Und dann auch noch die weiteren drei über der Schwarzmeerhalbinsel. Es gab da wohl geringen Schaden, wie es von russischer Seite heißt. Nämlich durch herunterprasselnde Raketenteile auf Häuser. Es gibt aber auch Bilder, wo zu sehen ist, wie es doch eine heftige Explosion gibt. Wohl ganz in der Nähe von Belbek, diesem Luftwaffenstützpunkt der Russen. Da heißt es dann nur lakonisch von russischen Militärbloggern, dass da wohl unterdrückte Raketen, das heißt unterdrückt von elektronischen Kampfmitteln, auf einer Müllhalde eingeschlagen sein. Überprüfen lässt sich das natürlich alles aus Moskau nicht. Wir werden dann schon sehen, ob Bilder von massiven Zerstörungen kommen oder nicht. Das ist meistens nur eine Frage der Zeit, wenn die Ukrainer Erfolge erzielt haben sollten. Dann muss man noch ganz kurz, glaube ich, auf die Front gucken. Stellungskrieg, Stellungskrieg, Erschöpfungskämpfe, Abnutzungskämpfe. Da hat sich in den letzten Tagen wenig verändert. Die Hauptbrennpunkte nach wie vor im Bereich Danetzk, Avdeevka, Bachmut, Marenka. Da wird tatsächlich heftig gekämpft, auch mit Straßenschlachten im Halbkessel von Avdeevka im Süden, in der Stadt Avdeevka. Und wenn wir raufgucken nach Norden, dann ist natürlich auch ein weiterer Punkt, den wir im Fokus haben, die Stadt Kharkiv, die jetzt auch wieder angegriffen wurde von den Russen mit Marschflugkörpern, wie es heißt, und auch Drohnen, Raketen, genau überprüfen, was da alles eingeschlagen ist, lässt sich aus Moskau nicht. Aber Kharkiv ist ja immer wieder im Zentrum der russischen Angriffe und wird auch massiv attackiert. Wie es von russischer Seite heißt, greift man immer nur militärische Ziele an. Das ist die russische Lesart. Und noch eine Information, die jetzt gerade frisch reinkam, wieder zum Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluznyi. Da gibt es ja seit Tagen Gerüchte, dass er gefeuert werden soll. Es gibt die Gerüchte, dass sich Zelenskyy, der Präsident, und Saluznyi absolut nicht grün sind. Und jetzt meldet CNN, dass Saluznyi wohl noch in dieser Woche seinen Hut nehmen muss. Und zurzeit ist ja auch Viktoria Nuland in Kiew, die stellvertretende US-Außenministerin, die wird da sicherlich versuchen, in dieses Chaos in Kiew einigermaßen Ordnung reinzubringen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.